Hallo, ich bin der Olsen von Lake United und heute zeige ich euch einen Trick beim Trapez. Und zwar sieht man ganz oft Leute, wie man das zumacht, die ziehen immer so nach vorne, aber der Trick ist das ganze Leben, nach hinten ziehen und dann nach vorne, nach hinten und dann nach vorne. Und so kann man das einfach viel besser und fester sein Trapez zumachen. Generell, die Leute haben es oft viel zu leicht, das muss bombenfest sitzen. Und dann habe ich noch einen zweiten Lifehack für euch und zwar ist das Silikonspray. Weil diese Gurte da, die werden mit der Zeit, wenn da Ablagerungen reinkommen, immer bockiger, immer härter. Und da ist jetzt der Trick ganz einfach mit Silikonspray, die einsprühen, dann rutschen die deutlich besser und dann geht das wieder viel feiner zu.